Knotty ASM Hallo, ihr liebe Nachteilen. Heute gibt es ein paar Litsounds, ein bisschen Sinngarten und Phonetabbing für den lieben Pika, der hat sich das nämlich auf Twitch gewünscht. Ich weiß, in letzter Zeit kommen nur noch Wünsche. Aber die Twitch-Command, die hilft mir ein bisschen beim Ausdenken der Videos, weil ich ganz oft keine Ideen habe. Also geht's jetzt mal los mit Phonetabbing. Mittags�� Und falls ihr euch fragt, warum ich immer so Steine und sowas im Gesicht zu kleben hab, ja, das ist, weil die lieben Twitch-Leute, also der Chat-Twitch, die Twitch-Community klebt mir halt die immer auf, ja. Das kann man nämlich auswählen von den Channel-Points, die man da sammelt. Und dann, ja, werden mir immer Sachen ins Gesicht gebippt. Und meistens nehm ich die Videos auch live in den Streams auf. Deswegen, ja, bleibt das dann halt immer so. Ja. 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 Vielen Dank. Stell dir vor, stell dir vor, du liegst gerade am schönen Strand und hörst einfach die wunderschönen Welle, die sich im Hintergrund brechen. War das richtig? War das richtig? Ich weiß es nicht. Aber stell es dir einfach vor. War das richtig? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Mich würde mal interessieren, was ihr lieber mögt. Dieses Tapping oder das von gerade eben auf dem Buren in die Glas. Das hier ist ja ein bisschen dumpfer. Ich mag sowas, ich glaube, meistens lieber. Ich bin mir jetzt auch nicht so sicher. Ich kann mir, kann das bei mir selbst immer schwer einschätzen, die Sounds. Ja, wenn man die so von jemand anderem hört, dann kann man das besser einschätzen. Okay. Okay. Ich finde, was ich auch so zuerst. Das ist noch ein Psychen auf der Seite. Okay, dann machen wir jetzt mal ein paar, ich würde sagen, was machen wir weiter? Ja, am besten mit dem Zen-Garten, der passt so gut zu den Wellen, sonst ein bisschen, als würde man durch den Strand laufen und und fegen. Ich habe hier nämlich so einen kleinen Mini-Zen-Garten halt, mit einer kleinen Mini-Hake. Ja. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie du langsam den Strand entlangläufst und deine Fußspuren hinterlässt. Während du deinen Blick aufs Schöner weiter mehr schweifen lässt. Das wäre doch jetzt schön schön die Sonne, die dir ins Gesicht scheint und dich wärmt. Das wäre doch schön. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank. Und dann brauchen wir noch ein paar Lidsounds. Und Lidsounds sind so meine Lieblings... Und dann haben wir noch die Lieblingssounds. Okay. 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 Draußen ist es sehr stürmisch, schon seit, ich weiß gar nicht, zwei Wochen fast, das sagen wir seit einer Woche, ich bin mir nicht mehr sicher, aber irgendwie kommt es mir ewig vor. Also es ist halt immer wieder stürmisch. Vielleicht hört man manchmal den Wind, ich habe zwar das Fenster zu, aber ich habe es gerade sogar so schon gehört, dann sind wir halt am windigen Meer heute, wo jemand steht und ich weiß nicht, ob es so gut ist. Ich glaube, ich möchte demnächst noch mal wieder so ein FAQ-Video machen. Ja, wo ihr mir halt Fragen stellen könnt und ich die dann in einem Video beantworte, ja, beantworten kann. Ich glaube, ich werde demnächst einfach einen Post verfassen und da könnt ihr mir dann eure Fragen stellen. So machen wir es. Also hier auf YouTube und wahrscheinlich auch auf Instagram. Und wahrscheinlich auch auf Discord. Dann haben wir alles. Und dann kommen hoffentlich ja genug Fragen halt zusammen für ein Video. Und falls ihr auch mal dabei sein wollt, wenn ich live so ein Video wie jetzt zum Beispiel aufnehme oder einfach mal reinschauen möchte, dann folgt mir gerne auf Twitch. Das ist kostenlos, mir da zu folgen. Und ja, da kann man sich jetzt live mit mir unterhalten, sozusagen. Schaut gerne vorbei. Ich werde den Link unter das Video packen. Das eigentlich unter jedem Video von mir, also schaut da gerne mal vorbei. Und ja, vielleicht seid ihr ja sogar einiges schlafen und hört es schon gar nicht mehr. Ich wünsche euch allen noch eine gute Nacht. Träumt süß und schlaft schön. Ich wünsche euch allen noch eine gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht.